So heißt er und die Gastgeber Roderburg-Hügeland begrüßen wir Isabel Dillepant. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und die Sonne erstrahlt, lässt unsere Sieger noch mehr glänzen und strahlen und nun erwarten die natürlich ihren Applaus auf der Ehrenrunde. Ab dafür!